BTV präsentiert David Hasselhoff in Gmunden. Weltpremiere mit seinen romantischen Liedern am 18. Juli. Ein exklusives Konzert im Stadttheater Gmunden. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Und das große Open Air am 20. Juli mit all seinen größten Hits am Stadtplatz in Gmunden. Ebenfalls Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Ebenfalls Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.